Bitcoin ist auf zwischenzeitlich 25.000 US-Dollar runtergefallen, jetzt befinden wir uns wieder bei der 29.000 US-Dollar Marke, sind wieder in die grüne Box reingelaufen. Ist das hier nur ein Retest oder haben wir schon den Boden gebildet? Das werden wir uns gleich im Chart nochmal näher anschauen. Gleichzeitig steht Luna jetzt unter einem Cent und der USD Stablecoin ist noch meilenweit entfernt von dem Dollar, wo er eigentlich liegen sollte. Und dieses ganze Drama um Stablecoins hat auch eine Auswirkung auf USDT Tether, der ist auch ein bisschen abgestürzt, da gab es bei einigen auch die Befürchtung, dass jetzt das gleiche auch bei USDT passieren könnte. Und falls das passiert, könnte es zu einem wirklichen Desaster kommen, wie wahrscheinlich das ist, darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Und es gibt auch bezüglich des Bitcoin Spot ETFs Neuigkeiten, es wird also spannend, falls dir dieses Video hier gefällt, lass gerne einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Bevor wir aber starten, kurzer Hinweis zu KuCoin, denn da habe ich euch wieder eine coole Aktion organisiert. Die ersten 100 Leute, die sich dort anmelden und mindestens einen Trade machen, egal mit welchem Coin, mit welchem Kontrakt, egal in welcher Höhe, bekommen 25 USDT geschenkt. Ihr müsst nicht mehr machen und die beiden, die am meisten traden von den Leuten, die sich hier mit dem Link anmelden, bekommen nochmal zusätzlich 250 USDT geschenkt. Also vor allem in der jetzigen Zeit kann man sich, glaube ich, Geschenke gut abholen. Ihr könnt die direkt verwenden, auszahlen oder einfach in Bitcoin oder Co. investieren und direkt nutzen. Falls ihr das machen möchtet, nutzt hier diesen Link in der Videobeschreibung, damit unterstützt ihr auch mich. Blicken wir jetzt einmal zunächst auf den Markt. Ethereum unter 2000 USD angekommen, 14% knapp im Minus. Die Bitcoin Dominanz ist auf 45%, zwischenzeitlich sogar über 45% gestiegen. Das heißt, die Altcoins stehen jetzt natürlich ordentlich unterdrückt. Natürlich sind auch viele Milliarden jetzt durch Luna und USDT verschwunden, wo die Bitcoin Dominanz natürlich auch automatisch steigt. Aber vor allem in der jetzigen Phase sollte man mit Altcoins besonders vorsichtig sein. Die verlieren jetzt natürlich viel mehr, auch hier ADA 17% im Minus, inzwischen bei unter 50 Cent. Ich glaube, da draußen warten immer noch viele, dass das Geld in die Altcoins fließt. Aber das ist jetzt wirklich nicht die aktuelle Phase für Altcoins. Das ist historisch betrachtet immer das Gleiche. Wenn der Markt so einen Einschlag erlebt, leiden die Altcoins natürlich am meisten und deswegen ganz besonders vorsichtig sein. Bitcoin, wie gesagt, das schauen wir uns am Ende des Videos nochmal genauer im Chart an. Es ist genau eigentlich das passiert, worüber wir vorher gesprochen haben. Unter die 30.000 USD gefallen und dann wurde es sehr ineffizient. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Hinter den Kulissen gab es letzte Woche wohl ein geheimes Treffen zwischen Grayscale und der ACC. Es geht um den Bitcoin-Spot-ETF. Zur Erinnerung, Grayscale hat ja seinen Bitcoin-Trust, wo aktuell über 18 Milliarden US-Dollar in Bitcoin liegen oder um genau zu sein über 640.000 Bitcoin, die vor allem durch institutionelle Investoren da investiert worden sind. Grayscale möchte diesen Trust in einen Spot-ETF umwandeln und hat sich dazu halt mit der SEC ausgetauscht, um die dann zu überzeugen. Und die Argumentation ist natürlich schlüssig. Es geht darum, dass man hier weiteres Kapital für die Märkte freischalten möchte, dass die Investoren noch mehr geschützt wären durch so einen regulierten Bitcoin-Spot-ETF. Und da werden wir natürlich jetzt weiter abwarten müssen, wie dann die SEC schlussendlich entscheiden wird. Ich glaube, das ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer vielleicht für den aktuellen Bärenmarkt, dass irgendwann ein Spot-ETF kommt und dadurch vielleicht der Turnaround kommt, weil wirklich sehr viele Investoren einfach darauf warten. Auch wenn es natürlich auch eine symbolische Kraft hat. Also das würde dann nicht durch die Decke dann gehen, weil am ersten Tag der Bitcoin-Spot-ETF gehandelt wird, sondern weil die Leute dann wieder vielleicht ein bisschen bullischer werden. Aktuell sehen wir auch in Australien eine gute Entwicklung, eine positive Entwicklung, denn dort ist jetzt der Spot-Bitcoin-ETF gestartet. Es gibt sogar zwei. Einmal, wo wirklich Bitcoins gekauft werden und der andere kauft ausländische Spot-Bitcoin-ETFs, also auch ein direktes Exposure für Bitcoin. Aber wie das dann am Ende angenommen wird, wie das vor allem bei Grayscale dann am Ende des Tages aussehen wird, da müssen wir einfach abwarten. Da hoffen wir ja schon sehr lange jetzt drauf. Vielleicht gibt es in den nächsten Wochen und Monaten Neuigkeiten. Kommen wir nochmal zu der Luna-Thematik, weil ich auch jetzt öfter lese, dass Leute versuchen, irgendwie nochmal einen Einstiegspunkt oder einen Short-Punkt zu setzen oder zu finden. Nochmal der Hinweis, das ist gerade wirklich sehr volatil, nur für erfahrene Leute. Wer das jetzt gerade versucht zu teilen, habe ich auch auf Twitter hier so geschrieben, kann sich auch direkt hier hinsetzen und genau das gleiche Spiel spielen. Inzwischen ist Luna, wie eingangs erwähnt, unter einem Cent. Die Inflation von Luna wurde so hoch geschraubt, um den UST-Stablecoin hier zu stabilisieren. Aber die Stabilisierung sehen wir immer noch nicht. Also es sieht da ziemlich düster aus. Ich glaube nicht, dass sich das irgendwie noch erholen wird. Wir sehen hier die Inflation von Luna. Alleine heute wurden 12 Milliarden Luna neu gemintet, um den UST-Stablecoin zu stabilisieren. Also komplett Hyperinflation bei Luna. Und hier unten steht sogar noch, inzwischen wurden 26 Milliarden und das ist wieder eine Stunde her. Also komplette Hyperinflation. Und das ist das ganze Problem jetzt an der ganzen Geschichte. Das System ist so aufgebaut, das Konstrukt ist so aufgebaut, dass es jetzt gerade zum Scheitern verurteilt ist. Deswegen, wenn ihr irgendwie unerfahren seid und irgendwie versucht, irgendwie noch einen Einstiegspunkt oder sowas zu finden, sehr gefährlich. Da würde ich auf jeden Fall sehr vorsichtig auch sein. Das ganze Thema um Stablecoins beginnt jetzt natürlich. Wir haben jetzt verschiedene Aussagen, auch vor allem was USDT angeht. Es wurde schon ein bisschen Panik verbreitet, als der USDT-Coin noch vor, ja gestern war das, als er bei 99,8 Cent war, also nur ein Bruchteil runtergegangen ist. Also historisch betrachtet habe ich das hier auch auf Twitter gepostet. Es ist nicht wirklich was passiert. Inzwischen ist er in der Zwischenzeit halt auch viel stärker runtergefallen. Das sehen wir jetzt hier. Wurde aber wieder aufgekauft, weil wir da ein ganz anderes Konstrukt haben. Es ist nicht dezentral, es ist nicht mit einem Algorithmus gehandelt, sondern da steht ein Unternehmen hinter, wo auch wirklich Assets hinterliegen. Das, was die interessanten Aussagen jetzt gerade sind von Tether, dass hier beispielsweise aktuell ja Staatsanleihen, US-Staatsanleihen hinterlegt sind und heute beispielsweise Leute ja ihre USDT zurückgeben wollten und zwei Milliarden US-Dollar wurden da auch ausgezahlt ohne Probleme. Natürlich hatten wir einen kleinen Einbruch, aber Tether hat ja auch diese Dienstleistung, dass man immer einen Dollar bekommt. Also man kann zu Tether gehen und einen Dollar bekommen und die zahlen das dann auch aus. Trotzdem merkt man ganz klar jetzt aktuell die Unsicherheit bei den Anlegern, sonst würde das jetzt hier bei USCT nicht passieren, was Stablecoins betrifft. Ich glaube, da braucht man jetzt nicht große Panik haben, aber eine hundertprozentige Sicherheit, auch bei USCT, gibt es nicht. Und das wäre natürlich ein großes Desaster, wenn USCT fallen sollte. Wir können uns das ja hier auf CoinMarketCap uns auch nochmal anschauen, wenn man einfach mal sich das Volumen anschaut. USCT mit Abstand das größte Volumen, was auf dem Kryptomarkt gehandelt wird, 172 Milliarden und das ist auch wirklich durch die Decke gegangen mit dem Volumen hier. Auch USDC 22 Milliarden und die Marktkapitalisierung mit 82 Milliarden ist auch nochmal eine ganz andere Nummer als UST. Deswegen, wenn das wirklich so de-packen würde und man wirklich den Pack mit einem Dollar verlieren würde, dann würde es wirklich brenzlig und gefährlich für den gesamten Markt werden. Aber da sind wir meiner Meinung nach noch entfernt. Ich glaube nicht, dass wir eine große Wahrscheinlichkeit haben, dass das jetzt irgendwie kurzfristig passiert. Aber das hätte ich, glaube ich, auch über UST einen Tag vorher gesagt, auch wenn die Wahrscheinlichkeiten da sind. Bei UST ist es auf jeden Fall viel geringer, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es, wie gesagt, nicht. Deswegen, wenn ihr irgendwie Gelder habt in Stablecoins und die langfristig sowieso nicht investieren wollt, tut die lieber irgendwo hin, wo ihr eine Einlagensicherung habt, wo auch am Ende des Tages bis zu 100.000 Euro zurückgezahlt werden hier bei uns in Deutschland. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite, aber ich glaube halt nicht, dass jetzt hier Panik vorherrschen muss, was UST angeht aktuell. Und diese ganze Thematik um Stablecoins ruft natürlich auch die Regulatoren auf den Plan. Jelen hat sich beispielsweise auch direkt geäußert, gesagt, wir sehen jetzt hier an einem echten Beispiel die Risiken von Stablecoins aktuell. Noch keine Gefahr für die Finanzstabilität in der ganzen Welt, aber das Ganze wächst auch noch. Und man nimmt das natürlich auch jetzt wieder als Anlass, Werbung für CBDCs zu machen. Also da wird gesagt, wir brauchen CBDCs, dann brauchen wir keine Stablecoins mehr und die Gefahren sind dann weg. Aber seien wir mal ehrlich, so ein CBDC, also so eine staatliche Kryptowährung, Digitalwährung ist nichts anderes als das, was wir im Prinzip jetzt schon haben. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier gerade gesucht wird von den Leuten, die auf dem Kryptomarkt sind. Damit können Sie vielleicht die Leute kriegen, die keine Ahnung von der Materie haben und sich denken, ja, schaut mal, das hat nicht geklappt. Ich nehme die vom Staat. Aber da haben wir nicht diese Vorzüge, die wir eigentlich mit Kryptowährung haben bei den CBDCs. Aber das werden wir in den nächsten Wochen, wahrscheinlich auch Monaten weiter so sehen, dass da vor allem für die Stablecoins noch mehr Regulatorik draufkommt. Und dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Kommen wir jetzt zum Update des Bitcoin-Charts. Aktuell bei 29.000 US-Dollar, vor allem im 4-Stunden-Chart, sehen wir jetzt hier, dass das ein Retest ist. Und dann könnte es natürlich hier nochmal weiter runterrauschen. In Gelb seht ihr auch nochmal den Nasdaq. Auch der Nasdaq schmiert weiter ab. Es ist also nicht so, dass irgendwie der USD-Coin für diesen Absturz alleine verantwortlich ist. Es hat da natürlich ein Teil beigetragen, dass das dann irgendwann auch so stark abgefallen ist bei Bitcoin. Aber der Trend ist ganz klar hier ausgehend von den traditionellen Märkten weiter. Da braucht man sich, glaube ich, nichts vormachen. Was natürlich jetzt spannend ist, das haben wir uns ja im Livestream auch diese Woche angeschaut. Ich habe euch gesagt, wenn wir unter diese grüne Box fallen, dann könnte es wirklich spannend werden, weil man einfach auch nicht viele Daten hat. Ja, weil wir hier sehr stark, sehr schnell gestiegen sind. Auch nicht viel Volumen hat. Ich zeige euch das auch nochmal auf dem Volume Profile. Da werden wir sehen. Ich hatte euch auch dieses Cluster hier gezeigt bei 24.000. Da hätte ich mir auch nochmal vorstellen können. Da hatten wir hier diese Konsolidierung. Aber dadurch, dass wir hier so wenig Volumen haben, ist es auch wirklich schnell runtergefallen auf 25.000 USD. Ich hatte noch eine kleine Buy Order, Spot Buy Order drin, wo ich nochmal ein bisschen was nachgekauft habe bei 26.500. Die wurde auch getriggert. Da bin ich auch glücklich drüber, aber es ist immer noch das gleiche Prinzip, Leute. Das sage ich euch ja schon, seitdem wir hier bei 52.000 USD den Retest gesehen haben an der Trendlinie. Ich werde nachkaufen unter 30.000. Das habe ich jetzt zweimal gemacht. Aber immer so, dass ich auch weiter nachkaufen kann. Weil können wir es jetzt ausschließen, dass wir das alte Allzeitdruck nochmal antesten. Vielleicht sogar mal noch runterfallen, wenn die traditionellen Märkte noch weiter abverkauft werden. Ich glaube, das kann aktuell wirklich keiner ausschließen. Interessant ist natürlich, wenn wir in den Weekly mal gehen, da müssen wir in einen anderen Chart, dann werden wir sehen, dass wir hier den 200er MA haben. Ich blende mal das Volume Profile wieder aus. Und der liegt hier bei aktuell 21.800 USD. Zur Erinnerung, in den letzten Bernmärkten hier 2015 beispielsweise hier angetestet oder auch 2018 hier genauso getestet. Hier Pandemie Crash getestet und wieder hoch. Es könnte sein, dass wir hier eine Unterstützung finden. Das haben aktuell auch viele Trader auf dem Schirm. Mal gucken, ob es dann wirklich ausreicht. Aber das ist jetzt hier gerade die aktuelle Situation. Damit wir hier wieder einen Boden vielleicht bilden, muss natürlich hier so eine V-Erholung irgendwann her. Aber wie gesagt, das wird erst kommen, wenn der Nasdaq die traditionellen Märkte sich auch erstmal einpendeln, da auch einen Boden bilden. Weil soweit es da weiter runter geht, wird auch Bitcoin mit runtergezogen. Es sei denn, es kommt irgendeine große News. Vielleicht ein Spot Bitcoin ETF, aber das sieht ja auch nicht danach aus, als es morgen soweit wäre. Deswegen dürfen wir uns, glaube ich, jetzt gerade nicht viel vormachen. Auch wenn man natürlich jetzt einen starken Abverkauf gesehen hat und irgendwann wird die Gegenbewegung kommen. Aber passt euer Risiko auf jeden Fall aktuell an, weil wir sind jetzt auf jeden Fall in sehr unsicheren Zeiten. Und dann werden wir schauen, wie sich das hier einpendelt. Ob 25.000 hier schon der Boden ist, wäre natürlich schön. Aber ich glaube, da wäre man auch ein bisschen zu optimistisch, wenn man jetzt das als sicher ansehen würde. Ja, das war auch schon das Update für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konnte dir einen kleinen Mehrwert bieten. Falls ja, lasst gerne hier einen Daumen nach oben da. Das hilft wirklich sehr. Und holt euch die 25 USDT bei KuCoin ab. Wie gesagt, einfach nur anmelden, mindestens einen Trade machen und dann seid ihr schon dabei. Wenn ihr in den ersten 100 seid, also schnell sein, könnte sich hier auch lohnen. Vielen Dank, dass du bis zum Ende hier dran geblieben bist. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Ciao, ciao.